Der Bericht von der Gewerbausstellung Pro16 wird Ihnen präsentiert von GarageBauser. Wir bewegen Sie sicher. Egal ob Sanierung, Neubau oder Umbau, wir sind Ihre Spezialisten für Fenstertüren und Zubehör. Floristik, Dekoration, Gartenbau, Bepflanzungen und Berotung, das Blumenläden und Gartenbau Mummedaler. Axova. Bei uns steht Ihres Zuhause im Mittelpunkt. Und als nächstes habe ich ein ganz lässiges Thema gefunden. Ich bin nämlich beim Küchendoktor. Was das genau ist, wird uns jetzt Marcel Bürgin erzählen. Hat mich fasziniert, schon die Aufschrift. Ich meine, ich habe mitgekriegt Reparaturen und Ersatz. Aber was könnt ihr hier diagnostifizieren? Ja, alles was mit der Küche und Reparatur in der Küche zu tun hat. Wir machen vor allem Apparatenaustausch, wir machen Renovationen und auch Küchenreparaturen. Wie Scharniere setzen oder Kanten anleimen. Alles was mit der Küche zu richten und zu machen ist. Was heisst denn Diagnose? Weil ich merke ja, wenn ich zuhause den Geschirrspieler nicht mehr aufkriege, dass das Scharnier kaputt ist. Kommt ihr dann und schaut gerade wie in einem Autogarast die ganze Sache an im Service? Genau, so kann man es sagen. Wir müssen eigentlich über alles, über die ganze Küche drüber schauen. Und wenn irgendeine Türchen schief hängt, dann können wir das natürlich selbstverständlich auch gerade richten. Aber jetzt stelle ich mir vor, dass ihr ein riesiges Lager habt. Weil jede Küche ist ein bisschen anders gebaut. Wie sieht das aus von euch als Firma? Wie viele Leute sind hier, wer arbeitet und wie? Ja, also so ist es jetzt gerade noch nicht im Moment, dass wir wirklich ein riesiges Lager haben. Wir sind seit 2015, Ende 2015 gibt es die Firma. Also ganz frisch, ganz neu. Und von dem her sind wir auch Zissig beheimatet. Wir sind die Partnerfirma von Haid Küchen. Und auf dem Weg auch die Infrastruktur von Haid für Reparaturen und allefalls Abänderungen von Küchen nutzen. Also nicht gerade eine neue Küche bestellen, sondern zuerst im Küchendoktor anrufen und dann sind ihr putzt und gestrahlt.